Willkommen bei Pfennig Pfeiffer, Ihrem Fachdiscounter für Schenken und Kreativ, Schule und Office sowie Haushalt und Wohnen. Hi, Spenden und Sparen. Mit dieser Aktion möchte Pfennig Pfeiffer die Fördervereine von Schulen und Kindergärten finanziell unterstützen. Und mitmachen ist ganz einfach. Jede Schule und jeder Kindergarten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann sich bei Pfennig Pfeiffer anmelden. Pfennig Pfeiffer stellt dann Rabattkarten zur Verfügung, die durch einen entsprechenden Code der Schule bzw. dem Kindergarten zugeordnet werden können. Und diese Karte hier wird dann einfach an Schüler, Eltern, Freunde und Unterstützer verteilt. Wenn man dann das nächste Mal bei Pfennig Pfeiffer einkaufen geht, erhält der Kunde sofort 3% Rabatt. Weitere 3% erhält am Ende der Förderverein der entsprechenden Schule bzw. des Kindergartens. Und das allerbeste ist, persönliche Daten werden nicht gespeichert. So, und das Schönste ist, die Aktion gilt nicht nur für Schulartikel, sondern für das ganze Sortiment von Pfennig Pfeiffer. Je mehr mitmachen, desto größer ist nachher auch die Spendensumme, die an den Förderverein ausgezahlt werden kann. Also, macht auf jeden Fall mit, fragt in eurer Schule oder in eurem Kindergarten nach, ob diese schon an der tollen Aktion teilnehmen. Und ehrlich gesagt, ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Die Schule oder den Kindergarten, dessen Förderverein die höchste Spende erhält, den besuche ich persönlich. Viel Spaß! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Wir sind vom Förderverein der Huthbergschule Weißig e.V. Die Pfennig Pfeiffer Aktion finden wir absolut spitze. Wir haben sie bisher schon zweimal mitgemacht und alles lief völlig problemlos. Das Geld haben wir verwendet, um in der Schule verschiedene Aktionen zu finanzieren, um Feste zu organisieren, Projekte in der Schule mit abzuwickeln. Also alles, was dem Zweck unseres Vereins entspricht. Pfennig Pfeiffer – Verkauf braucht Kompetenzen.